Badwarsen Oh mein Gott, oh mein Gott! Gewinnen wir? Gewinnen wir? NEIN! NEIN! Fuck, fuck, fuck! Was passiert gerade? FUUUUUUUCK! Mann, ist das grad spannend! W-was passiert, ich bin nicht da! Ich bin nicht zu bestehend! Fuck! Was passiert? Der ist unsichtbar! Hier ist einer unsichtbar! Die haben uns verarscht! Wir wollen ja gewinnen, Alter! Wo ist der Händler? Ich kenn die Map gar nicht! Der ist direkt vor deiner Nase, du Dummkopf! Doch, da ist ein Händler! Hast du grad deiner Mutter gedroht? Nein! Oha, wenn ich dir das erzähle, ne? Ey Felix, Mann! Hör auf damit! Du weißt, dass ich meine Mutter über alles liebe! So was kannst du nicht sagen! Die Leute denken dann, dass ich meine Mutter hasse oder so! Nein, Alter, komm! Missgeburte, Alter! Typisch Felix, Leute! Ich hab so Stress mit dem! Boah, Alter! Ich weiß, dass du deine Mutter liebst! Und ich weiß, dass sie dich mit dem Gürtel mal geschlagen hat! Hat ihr auch, aber aus Liebe! Weil die wollte, dass ich nicht ein ungezogener Bengel werde! Liebe! Sind diese Schmerzen am Körper! Diese Liebe! Ich bin Felix! Ich lache! Mein Gott, Alter! Ich brauch' einen scheiß Bogen, Freunde! Ja, ich brauch' auch einen scheiß Bogen! Mir fehlt ein Gold dafür! Dann gib mir das Gold! Ich kauf' dir einen Bogen! Mit Felix, aka Rotpilz, Pissewillewille und Dr. Bex! Er ist 18, geht in den Club! Als wär' Rocky! Dieser Felix, aka Rotpilz! Er ist 18, geht in den Club! Als wär' Rocky! Mit seinen krassen Armen zerstört er die Hood! Von den Armen! Mit seinen krassen Armen zerstört er die Hood! Von den Armen! Er kommt mit seiner Snap-Eck, wiei... Er kommt mit seiner Snap-Eck! Walau! Pulet! Es war und scherrer! Walau! Walau, Walau! Was machst du denn da? Kilin! Gut macht diese 솔직히 voll die Barriere... Denken dir auch so, die wären�' ja denn Age of Empires, Alter! Aber jetzt keine Rüstung. Wir haben jetzt voll den üblen, strategischen Vorteil. Wie Problem auch sei! Ja! Walau! Lil ship ship! Taktik Makt, wir haben gewonnen, ich nenne es wieder Ende.